So, der letzte Koffer wird aufgeladen. Ankunft, Ziel auf der linken Seite. Das Ziel ist auf der linken Seite. Schauen wir mal an. Schauen wir uns mal den schönen Saal an. Hier geht es rein. Wir haben den Hintereingang. Und wunderschön, ist schon aufgestuhlt alles. Ein paar Sachen stehen schon vor mir. Wird demnächst aufgebaut. Und wir schauen uns dann, dass wir sie sehen müssen. So, es ist vollbracht. Die Anlage steht. Jetzt werfen wir mal einen Blick hier vom Parkett abwärts. So, schön kann das aussehen. So, ein bisschen zoomen. Jawoll. Ja. Ja. Die Anlage steht. Die Anlage steht. Vielen Dank.